Das wird nichts, Jo. Du hast auch eine Schaltung, mach doch den Gang rein, schalt mal um und mach den Hebel nach vorne. Ja, wo dann, siehst du doch gar nicht. Hier, hier, der Griechgang meine ich. Ja, und der Rote? Ach, so, guck mal hier. Ja, da musst du auch. Hier, und mit dem Gang nicht so heiß, ey. Da ist es nur zum Griechen. Ja, da macht der andere wieder. Hier, geh mal vor Gas. Jetzt kannst du wieder Gas geben. Ne, warte mal, warte mal. Fahr mal kurz ein bisschen an. Schalt mal um, der Rote. Schalt nochmal. Schalt nicht um. Jetzt fahr mal kurz ein bisschen rückwärts. Weil der schaltet um. Jetzt. Anlauf. Heiz hoch. Gib alles, Junge. Einwandfrei. Kannst du eben ein bisschen schriftlich sein, ganz hoch, 50 Meter tiefer. Quatsch. Ne, mit denen kommst du nicht hoch. Ja. Auch. Komm, 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 komm. Hand her, hand her. Häus, ey. Alter, wenns hier runter geht, ey. Wie viel Gas gäbe, ey. Und Schuss. Ja, Mann. Ich weiß nicht, wie sich das dr�� noch nicht changes ist. Schon gut nach vorne. Ich weiß nicht, wie Sie sagen.